Borussia Dortmund musste nach einer starken ersten Halbzeit doch noch eine 5 zu 2 Niederlage bei Real Madrid hinnehmen und in diesem Video zeige ich euch, wie das geschehen konnte. Hier haben wir direkt nach ein paar Sekunden mal eine Szene, da denkt man, okay, guter Pass von Schlotterbeck auf Brand, der bewegt sich da gut zwischen den Linien, aber es ist nicht so, dass Dortmund das wirklich gut gemacht hat, das Pressing von Real war echt katastrophal. Mehr dazu dann gleich, was man aber auch sieht, ist, dass Benze Baini nicht nach vorne in die letzte Linie geschoben ist. Da ist Gittens, der da immer isoliert wurde und die Breite besetzt hat, wird dann immer wieder angespielt. Real hat das aber, muss man sagen, auch ganz gut gekontert, hat Rodrigo meistens etwas tiefer platziert, somit hat er vorne immer wieder gefehlt, um Druck zu machen, aber Gittens konnte man dadurch meistens recht gut in den Griff bekommen, wenn man mal tiefer stand. Das Problem war aber, wenn Real angelaufen ist, das war echt überhaupt nicht gut. Schauen wir aber erstmal strukturell auf die Dortmunder, denn da war es schon das zweite Mal der Fall, dass Sahin eine Halbzeitumstellung aus dem vorherigen Bundesligaspiel dann für das Champions-League-Spiel, das darauf folgt, beibehalten hat. Dieses Mal nämlich der flexible 3-2-4-1-Aufbau, wie wir ihn hier sehen, den man auch gegen St. Pauli in der zweiten Halbzeit dann gesehen hat. Benze Baini, der links etwas tiefer bleibt, rechts dann Sabitzer, der als Sechser agiert hat, aber immer wieder abgekippt ist auf die rechte Seite. Und vorne hattest du dann eine Fünfer-Reihe, sieht man hier ganz gut, aber wie gesagt, das Pressing von Real in der Anfangsphase war eines der schlechtesten Pressings, das ich jemals gesehen habe. Wir sehen hier, Schlotterbeck spielt einfach einen Matcher an, der wird nicht zugestellt. Die Real-Spieler stehen einfach da vor den Dortmund-Spielern, machen aber keinen Druck, stellen auch mit ihrem Deckungsschatten niemanden zu. Ein Matcher bekommt den Ball, kann dann aufdrehen, hat da massig Platz, weil auch die Sechser in dem Fall von Real nicht nach vorne verteidigen, kann dann den Ball nach vorne treiben auf Julian Brandt, der sich gut löst, dementsprechend auch frei ist. Brandt bringt ihn dann raus auf Gittens, der außen isoliert war, in 1 gegen 1, der zieht dann in die Mitte. In dem Fall wird es zwar nicht wirklich gefährlich, aber man kam so halt komplett einfach ins letzte Drittel. Und genau das gleiche nochmal hier, da steht Real sogar noch höher. Bei Dortmund ist es eher noch der 4-2-Aufbau, weil man etwas tiefer steht. Trotzdem kann Schlotterbeck einen Matcher einfach finden. Der hat dann massig Platz, treibt den Ball nach vorne, spielt wieder Brandt an, der sich löst. Der setzt außen wieder Gittens ein. Dann sieht man, dass es Real ganz gut macht. Rodrigo und Vazquez doppeln ihn, aber trotzdem kann man so viel zu leicht nach vorne und dementsprechend kann man dann auch zu den Chancen und den Toren, denn Real war einfach zu schwach gegen den Ball. Hier sehen wir wieder Gittens in der Breite. Ben Sebaini eher in einer eingerückten Rolle. Bringt den Ball ins Zentrum auf Mahlen, der sich da löst. Am Ende ist es auch ein bisschen glücklich. Brandt dann auf Girasi. Der macht es aber herausragend gegen Rüdiger. Bringt den Ball dann rüber auf Mahlen, der das 1-0 für Dortmund erzielt. Und beim 2-0 konnte man Real wieder einfach überspielen. Brandt rüber auf Riason, der hat da wieder viel Platz. Schickt dann Mahlen, der geht ins 1 gegen 1 an Mondi vorbei. Bringt den Ball rüber ins Zentrum auf Gittens, der perfekt eingelaufen ist und das 2-0 erzielt. Das auch verdient war gewissermaßen, weil Real es echt schwach gemacht hat. Auch im eigenen Ballbesitz, da war das echt schwach. Muss ich einfach sagen in der ersten Halbzeit. Wir sehen hier das 4-3-3. Und vor allem das Mittelfeld muss man an der Stelle kritisieren. Da kam ja gefühlt gar nichts, kein Entgegenkommen. Niemand zwischen den Linien, keine Bewegung. Und deshalb haben sie dann fast jeden Ball in die Tiefe geschlagen für die 3 Offensivspieler vorne. Also das Mittelfeld hat überhaupt nicht als Verbindungsstelle zwischen Abwehr und Offensive fungiert. Die wurden meistens einfach überspielt. Die Bälle vorne kamen dann hin und wieder auch an. Da hast du einfach die Qualität mit Winnie, mit Rodrigo, mit Mbappé. Wenn du die eingesetzt bekommst, dann wird es gefährlich, zwangsläufig. Da kann man dann auch nicht alles verteidigen. Aber grundsätzlich war es gut, wie es der BVB zugestellt hat. In einem 4-2-3-1. Man hat sich da gut an das Mittelfeldtrio orientiert, auch wenn von denen extrem wenig kam. Und so blieb real meistens nur dieser lange Ball in die Tiefe, den wir hier sehen. Militao schickt hier Winnie Jr. auf die Reise. Entscheidend ist hierbei aber auch die Abwehrhöhe des BVB. Man war meistens in einem Mittelfeldpressing, Angriffspressing eher selten. Aber auch nur selten im Abwehrpressing. Also ziemlich tief gestanden ist man fast nie in der ersten Halbzeit. Und wenn doch, dann wurde es eher mal gefährlich. Real ist aber auch real. Die treffen die Anpassungen, die Spieler eigenständig oder auch Ancelotti, um dann das Spiel zu optimieren. So hat sich Modric häufiger tiefer fallen lassen in die erste Aufbaulinie. Bellingham hat sich dann vorne eher zwischen den Linien bewegt. Wird hier dann auch angespielt von Modric. Aber der BVB in der ersten Halbzeit hat es auch defensiv gut gemacht. Beide Sechser, Metscher und Sabitzer orientieren sich direkt auf Bellingham, machen Druck und erobern den Ball zurück. Aber wie gesagt, gegen Real kann man nicht alles verteidigen. Die haben enorme Qualität. Selbst wenn du da den besten Defensivmatchplan hast. Hier haben wir eine Bellingham Chance. Aber auch die erfolgt eher nach einem langen Ball hier von Winnie auf ihn. Dann kam natürlich die Riesenchance, doppelte Latte. Aber auch hier ist es ein langer Ball von Rüdiger hinter die Kette. Rodrigo gut eingestartet, trifft die Latte. Und auch Bellingham dann an die Latte. Aber das Glück braucht man dann auch mal gegen so eine hohe individuelle Qualität. Aber Real hat sich während des Spiels nicht nur im Ballbesitz verbessert. Auch gegen den Ball ist man dann eher zu einem Mann-gegen-Mann-Pressing übergegangen. Das ist halt auch deutlich einfacher umzusetzen. Da ist jedem ein Gegenspieler zugeteilt, für den er zuständig ist. Und daher kam der BVB gegen Ende der ersten Halbzeit schon noch ein bisschen zu Chancen. Da musste Real sich auch erstmal angewöhnen an das Pressing. Aber in der zweiten Halbzeit haben sie sofort geführt. Und da kam ja gefühlt gar nichts mehr vom BVB. Wenn dann halt eher über Umschaltsituationen. Und das bringt uns jetzt auch zur zweiten Halbzeit. Wir sehen hier noch zu Beginn. In der 51. Minute ist man in einem Mittelfeldpressing im 4-4-2. Das ist auch gut so. Denn wie gesagt, Real hatte ja kaum Ideen gegen das Mittelfeldpressing. Und wurde nur gefährlich, wenn der BVB mal tiefer stand. Umso unverständlicher ist dann die taktische Umstellung von Nuri Sahin. So brachte er Anton für Gittens. Was taktisch eine Umstellung auf ein 5-4-1 bedeutete. Das wir hier sehen. Aber da ist nicht nur die taktische, strukturelle Umstellung entscheidend. Ja, dann hatte man auch einen Anläufer vorne weniger. Das macht auch einen Unterschied. Aber vor allem entscheidend war, dass man deutlich tiefer stand. Man war fast nur noch im Abwehrpressing. Und da macht man es real auch leicht. Denn ihnen dann genau das zu erlauben, ihre individuelle Klasse im letzten Drittel aufs Feld zu bringen, ist leider echt unverständlich. Vorher war man im Mittelfeldpressing. Hat ihnen da maximal die Tiefe angeboten. Aber sie konnten sich nicht allzu viel kreieren. Klar, hin und wieder hatten sie Chancen. Was man nicht immer verhindern kann. So hat man sich hinten reingedrängt. Und wenn du dann eben gegen Spieler wie Winnie Jr., Bellingham, Mbappé und so weiter verteidigst, dann kreieren die sich einfach massig Chancen. Und das kannst du nicht verhindern. Deswegen war diese Umstellung bzw. die Änderung der Herangehensweise einfach leider unverständlich. Von Shahin muss ich einfach sagen an der Stelle. Denn wir sehen es ja hier. Die Tore folgen dann direkt. Real kann es um den Strafraum herum spielen. Dortmund hat fast alle Spieler in der letzten Linie. Winnie bringt den Ball in den Rückraum. Dann spielen sie es einfach um den 16er herum. Beziehungsweise teilweise auch im Strafraum. Mbappé bringt die Flanke. Und selbst die kann man nicht verteidigen. Rüdiger mit dem Anschlusstreffer. Kurze Zeit später. Wir sehen hier strukturell das 5-4-1 der Dortmunder. Trotzdem schafft man es nicht das zu verteidigen. Modric findet Mbappé. Dann ist es eigentlich eine gute Grätsche von Schlotterbeck. Aber der geht halt direkt zu Winnie Jr. Und der erzielt das 2-2. Weil Dortmund konnte nach der Umstellung dann auch kaum für Entlastung sorgen. Wenn man dann mal nach vorne kam, hat man es meistens eher schlecht ausgespielt. Hier Bayer nicht ganz zu Girasie. Wenn sie bei Ine hinten kommt auch nicht dran. Und so hat man nach dem Ausgleich schon nochmal versucht, etwas mehr Druck auf den Ball zu bekommen. Stand nochmal etwas höher. In einem 5-2-3. Nicht mehr 5-4-1. Dadurch konnte man vorne mehr Druck ausüben. War dann aber in den Zwischenräumen deutlich anfälliger. Weil halt eben diese Halbraumspieler weiter vorne standen. Aber ich bin ganz ehrlich. Viele reden das Spiel jetzt extrem schwach. Und diese ganzen Umstellungen von Sahin. Da nehme ich auch nachher im Fazit nochmal Stellung. Da fand ich ehrlich gesagt, ich habe es mir nochmal angeschaut. Die Schlussphase echt nicht verkehrt von Dortmund. Man hat hierdurch wieder weniger zugelassen ehrlich gesagt. Real hatte da wieder weniger Lösungen parat. Und vorne hatte man dann ja die Riesenchance. Da ist es zwar nur eine Umschaltsituation. Can macht es hier tatsächlich gut als Ringback. Setzt da Brandt ein. Dann kommt der Ball zu Bayern nicht optimal. Nimmt noch den Abschluss. Courtois hält dann. Das war die Riesenchance auf die erneute Führung. Allerdings ist es dann natürlich Real, die im Gegenzug antworten. Ironischerweise ist es so, dass die BVB-Abwehr schon aufgerückt ist. Also eher in einem Mittelfeldpressing, wie zu Beginn des Spiels stand. Also der entscheidende Führungstreffer von Real fällt dann nach dem Muster, wie sie in der ersten Halbzeit agiert haben. Was eigentlich gar nicht so gefährlich war. Langer Ball in die Tiefe auf Rodrigo. Der setzt sich da durch. Vazquez spielt dann, ja, will einen Doppelpass mit Mbappé spielen. Dann ist es Brandt, der ihn wieder auflegt. Und er erzielt das 3 zu 2. Das zeigt halt auch wieder, die Tore waren extrem unglücklich. Vorhin Schlotterbeck, der genau zu Winnie grätscht. Jetzt ist es Brandt, der mit Vazquez quasi einen Doppelpass spielt. Natürlich war das gewissermaßen auch verdient, aufgrund des Drucks, den Real dann gemacht hat. Trotzdem die Tore an sich schon relativ glücklich. Und dann kommt es natürlich, wie es kommen muss. Der BVB versucht es nochmal nach vorne. Dann kondert Winnie einen aus. Emre Can nimmt plötzlich das Tempo raus, weil er denkt, Süle kann das alleinig verteidigen. Süle läuft dann plötzlich rückwärts. Winnie geht vorbei, macht das 4 zu 2. Und natürlich war das noch nicht genug. Dann ist es wieder so ein glückliches Tor irgendwie. Man klärt den Ball erst. Dann springt er an groß zurück in den Lauf von Winnie. Der setzt sich dann natürlich auch überragend durch. Man verteidigt es trotzdem nicht ganz optimal. Er macht das 5 zu 2. Somit den Endstand. Und ja, der Sieg geht auf jeden Fall klar. Jetzt muss man natürlich nochmal über die Anpassung von Shahin sprechen. Denn die ist gerade in aller Munde. Ich persönlich bin ja eigentlich gar kein Fan davon, wenn sich die große Masse über taktische Umstellungen von Trainern äußert, beziehungsweise die kritisiert, weil die Trainer es meistens einfach besser wissen. Ich will mir das meistens auch gar nicht anmaßen. In dem Fall ist es halt leider ziemlich offensichtlich, dass Shahin hier einen Fehler begangen hat. Wie gesagt, ist die Ursache meiner Ansicht nach nicht unbedingt die Systemumstellung. Gewissermaßen auch. Aber vor allem, dass man dann deutlich tiefer stand. Das war dann einfach ein Problem. Und ja, gewissermaßen ein Fehler, den man sich eingestehen muss. Ich sage da aber auch ganz ehrlich, Shahin hatte ansonsten bis jetzt, vor allem in der Bundesliga, ein starkes In-Game-Coaching. Hat da immer wieder gute Anpassungen vorgenommen. Jetzt in dem Spiel war das natürlich schon sehr dumm, ehrlich gesagt. Aber genau daraus wird er lernen. Er ist noch ein junger Trainer. Genauso wie junge Spieler Fehler machen, macht er es auch als Trainer. Und wenn man den Weg mit ihm gemeinsam gehen will, dann muss man das auch gewissermaßen in Kauf nehmen. Die Zeit hat er eigentlich nicht bei einem Verein wie Dortmund. Ich persönlich sehe aber, dass er ansonsten immer wieder gute Anpassungen vorgenommen hat. Gegen Real ist das natürlich auch unglücklich. Da wird jeder kleine Fehler bestraft. Trotzdem finde ich es jetzt krass und viel zu übertrieben, wie auf Shahin eingedroschen wird. Ich meine, er hatte ja einen guten Matchplan für das Spiel. Der ist sogar aufgegangen. Natürlich macht er dann den Fehler. Aber ja, das passiert. Muss man in Kauf nehmen, dass er Can als Außenverteidiger bringt. Ja, aber wen soll er sonst bringen? Da war ja kaum einer noch fit. Und ich bin auf jeden Fall weiterhin von Shahin überzeugt, wenn man ihm die Zeit gibt, was natürlich gewissermaßen schwierig ist. Gerade wenn man so die Erwartungshaltung der Masse der Fans sieht, die ihn jetzt eben kritisieren. Ich habe es schon nach dem St. Pauli-Spiel gesagt. Ich werde wahrscheinlich ein Video bringen, in dem ich zeige, warum Shahin der Richtige ist, meiner Ansicht nach, für den BVB. Ist nach dem Spiel jetzt natürlich noch mal kontroverser. Zur Halbzeit dachte ich noch, okay, da liege ich sogar wahrscheinlich richtig damit. Dann kam natürlich Real Madrid und hat das Ganze gedreht. Aber was sagt ihr zum Spiel, zu meiner Analyse? Schreibt mir gerne mal alle eure Gedanken in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder Abo da, um nichts mehr zu verpassen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.